ja was geht meine stativisten willkommen zurück zu fortnite und in diesem video zeige ich euch die anomalie von stealthy stronghold stealthy stronghold findet ihr ja auf der karte genau hier hier habt ihr lara by the way auf twitter könnt ihr sehen dass lara ihr anwesen bald hier ins spiel kommt schaut bei mir mal auf twitter vorbei aber wir kümmern uns heute um die anomalie hier in stealthy stronghold ihr seht da unten ist schon der schmetterling unser lieber freund wie gesagt findet ihr auf der karte hier so ihr geht einfach zu dem schmetterling hin und er fliegt weg und dem folgte jetzt einfach so einfach dem schönen schmetterling hinterher einfach hinterher laufen und er führt euch dann irgendwo hin dem einfach folgen so führt uns zu lehrer oder auf jeden fall ach guck mal hier passiert was bäm jetzt hat es sich in den boden vergraben ihr haut jetzt mit der spitzhack einfach drauf zack und dann habt ihr die aufgabe schon erledigt ne super sache wir sagen noch kurz lara hallöchen einfach mal nur weil das lara ist hi und dann würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat dann gerne ein däumchen nach oben wenn ihr neu hier seid gerne auch ein abo wenn ihr mich supporten wollt dann gerne den creator code salivill3108 im itemshop eingeben oder einfach kanalmitglied werden könnt ihr schon ab 99 cent im monat dann würde ich sagen macht's gut haut rein und ciao ciao ciao